Mein Name ist Florian Appler. Ich bin Personal Trainer in Salzburg. Ganzkörpertraining, funktionelle Übungen, Fitness, überall. Funktionelles Training ist Training mit dem eigenen Körpergewicht. Dabei geht es darum, dass man nicht einzelne Bereiche im Körper isoliert, sondern dass so viele Muskeln wie möglich zur gleichen Zeit mitarbeiten. Beim Training draußen ist es ganz besonders, dass wir immer andere Lokalitäten, andere Trainingsmöglichkeiten vorfinden und darauf können wir dann das Training abstimmen. Nutzen wir eine Parkbank, nutzen wir ein Rohr, was irgendwo liegt, vielleicht einen Baum, der irgendwo ganz besonders steht. Das ist der Riesenvorteil bei diesem Training. Es bleibt dadurch sehr interessant und wir können die Gegebenheiten, die wir haben, können wir immer ins Training mit einbauen und daher ganz besonders effektives, abwechslungsreiches Training herstellen.